Dan Brown hat einfach das Talent, unglaublich packend zu schreiben und dabei super tiefgreifende Einblicke in die größten Institutionen der Welt zu geben. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um Dan Brown, hauptsächlich natürlich um Meteor, da komme ich später drauf zu sprechen. Jetzt erstmal die Vorgeschichte sozusagen. Das war das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe. Das erste war Illuminati, das haben wir hier. Das war unglaublich spannend, unglaublich packend. Wenn ihr die ausführliche Version von dieser Kritik, dieser Rezension hören wollt, dann klickt doch mal hier auf das I. Da findet ihr das Video, wo ich ausführlich darüber geredet habe. Mal ganz kurz gesagt, ich fand es super, super packend und gleichzeitig super spannend, weil es eben so ein großes, spannendes, interessantes Thema hatte. Der Glaube, die Religion, der Vatikan, Glaube oder Wissenschaft fand ich ein sehr interessantes Thema und gleichzeitig war einfach die Story unglaublich packend geschrieben. Wie gesagt, ausführlicher da oben. Danach wollte ich dann Sakrileg lesen. Das ist nämlich der zweite Teil der Reihe um den Symbolologen Robert Langdon, von der eben Illuminati der erste Teil ist. Dann habe ich allerdings Meteor gefunden und das hat mich dann doch ein bisschen mehr gereizt als Sakrileg, einfach weil es nochmal was ganz anderes ist. Meteor ist nämlich ein alleinstehender Roman sozusagen von Dan Brown, der nichts mit dieser Reihe um Robert Langdon zu tun hat. Und da geht es eben nicht um irgendwas Abgefahrenes mit Religion, so spannend dieses Thema auch sein mag, sondern es geht sozusagen um Politik. Das klingt jetzt erstmal super langweilig, aber es ist eben was anderes als Religion und damit finde ich irgendwie in dieser Situation ein bisschen spannender als eben Sakrileg, weil ich mir eben irgendwie gedacht habe, ja, Sakrileg, das ist bestimmt super spannend. Ich meine, das kennt man ja auch, weil es so spannend sein soll und das werde ich bestimmt noch irgendwann lesen. Aber Meteor ist jetzt für mich erstmal interessanter, weil es eben was komplett Neues ist. Ja, dann sind wir jetzt eben bei Meteor angelangt zur Handlung. Es geht um einen US-amerikanischen Wahlkampf. Das klingt, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber ich finde, das ist auf eine sehr menschennahe Weise rübergebracht und es ist dann doch sehr verständlich rübergebracht. Und eigentlich geht es dann doch ein bisschen um was anderes. Aber ganz kurz, es geht um den amtierenden Präsidenten, der von einem Herausforderer herausgefordert wird, wie man sich vielleicht denken könnte. Und dieser Herausforderer hat es sich zum Wahlkampfthema gemacht, die NASA zu kritisieren, beziehungsweise den amtierenden Präsidenten zu kritisieren, dass er so viel Geld in die NASA reingepumpt hat, all die Jahre, wo die NASA doch eigentlich keine Erfolge mehr vorzuweisen hat seit der Mondlandung. Und dieser herausfordernde Präsidentschaftskandidat möchte dieses Geld eben dann in andere Dinge investieren und dadurch gewinnt er immer mehr Wählerstimmen. In Umfragen ist er schon deutlich vor dem amtierenden Präsidenten, bis dieser Präsident dann seinen Erfolg wittert, weil die NASA dann eben einen unglaublichen Fund entdeckt. Und das ist ein riesengroßer Meteorit, der nicht nur eben riesengroß ist, sondern auch Spuren auf außerirdisches Leben birgt. Und das ist natürlich dann der Erfolg der NASA, der ihm genau gelegen kommt im Wahlkampf. Die Hauptfigur in diesem Buch ist dann allerdings Rachel Sexton. Sie ist Mitarbeiterin des Geheimdienstes und wird im Auftrag des amtierenden Präsidenten dann zur Fundstelle des Meteoriten geordert. Warum, wofür und was sie da tun soll, wie es dann weitergeht mit diesem Fund, das bleibt alles jetzt, sage ich mal, offen. Das will ich natürlich jetzt nicht vorher wegnehmen, aber was ich sagen kann, ist, dass es wirklich unendlich spannend wird. Es ist ähnlich wie bei Illuminati einfach eine absolut durchgehende Handlung. Ich glaube, es sind alles Ereignisse von einem einzigen Tag und das macht das Ganze eben so spannend. Es bleibt einfach keine einzige Minute zum Durchatmen und gleichzeitig hat man wieder sehr interessante Einblicke in den US-amerikanischen Wahlkampf, ins Weiße Haus, ähnlich wie dann eben bei Illuminati, das beim Vatikan der Fall war. Aber auch hier muss man natürlich wieder dazu sagen, man weiß einfach nicht, was davon echte Informationen sind und was sich Dan Brown eben so ein bisschen ausgedacht hat oder was er vielleicht ein bisschen verdreht hat, dass es in die Struktur vom Roman reinpasst oder besonders interessant klingt oder so. Das ist ein bisschen schade, dass man da einfach nicht weiß, was ist real, was nicht. Was man weiß, ist, dass halt die ganzen Organisationen und die Technologien, die in dem Roman vorkommen, die sind wohl alle real und alle auch schon im Einsatz. Das hat er ganz am Anfang in den Vorbemerkungen des Verfassers vorgemerkt. Egal, ob es jetzt real ist oder nicht, es ist super spannend, super interessant. Es packt einen, man will mehr lesen und das ist genau das, was so ein Roman eben schaffen soll. Zum Ende kann ich dann sagen, heilige Scheiße, größter Plotwurst, den ich jemals erlebt habe, überbietet irgendwie gefühlt jeden Plotwist, den ich in je einem Sebastian-Fitzek-Buch gelesen habe und meiner Meinung nach auch den Plotwist aus Illuminati um Längen. Denn dieser Plotwist war, also auf diesen Plotwist war meine Reaktion nicht einfach, oh mein Gott, krass, ich muss weiterlesen, sondern, heilige Scheiße, ich kann nicht weiterlesen. Ich musste dann erstmal irgendwie eine halbe Minute durchatmen und dann konnte ich weiterlesen, weil mich dieses Buch da einfach so kreuzweise verarscht hat, aber auf eine gute Weise, weil ich dann gedacht habe, oh mein Gott, ich bin so drauf reingefallen. Also das war wirklich, wirklich genial gemacht. Ich würde sagen, es ist nochmal deutlich besser als Illuminati. Illuminati, ich habe wirklich die letzten 200 Seiten mindestens an einem Tag in einem Rutsch gelesen. Dieses Buch hat auf dem Klappentext von der Washington Post stehen, sagen Sie alle Termine ab und lesen Sie Meteor. Ich hätte mir das fast wirklich zu Herzen genommen. Ich habe an dem Abend, wo ich das Buch zu Ende gelesen habe, an dem Tag, sag ich mal, noch mich mit Freunden in der Bar getroffen. Ich bin extra dann nicht mit dem Fahrrad, sondern mit der U-Bahn hingefahren, damit ich in der U-Bahn weiterlesen kann. Und dann am Tisch, während ich noch auf die anderen gewartet habe, habe ich weitergelesen. Als die anderen kamen, musste ich leider noch die Seite zu Ende lesen. Und als ich dann heimgefahren bin in der U-Bahn, musste ich auch noch weiterlesen. Ich habe dann noch bis tief in die Nacht weitergelesen. Also das war der Wahnsinn. So jemand bin ich normal nicht unbedingt. Aber in dem Fall war das wirklich nötig, weil es wirklich so spannend war. Das kann ich garantieren. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich werde definitiv natürlich auch noch irgendwann dann Sakrileg. mal lesen. Vielleicht, wenn ich irgendwann noch ein bisschen mehr Abstand von Illuminati gelesen, gehabt habe oder noch ein bisschen mehr von meinen anderen Büchern, vom Sub abgelesen habe, die mich einfach gerade mehr interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder ihr klickt zweimal auf den Daumen nach unten. Und dann vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.